moin moin freude was geht das große fressen geht los im ersten mal auf diesem kanal die brandnews box in der schweren ausführung fünf kilo werden jetzt ausgepackt viel spaß ja leute ich habe mir jetzt die brandnews box mal gekauft ich habe sie damals mal ungefähr vor drei vier jahren auch schon bestellt gehabt da habe ich auch keine videos gemacht nur halt als ottoman normalverbraucher und jetzt habe ich hier die brandnews box und ohne scheiß die ist kackenschwer fünf kilo sind auf jeden fall drinnen und man hört hier irgendwas ist da wohl was zu trinken drinnen ich hoffe mal was alkoholisch ist ja ich sag mal so ein bier oder so ist auch nicht schlecht ich hoffe mal keinen sekt aber was kostet die box die kostet 13 euro 99 im monat ich denke mal auf jeden fall mal sparen ist wenn man das mag das ist immer die frage ihr wisst ja ihr wisst ja auf jeden fall ist da manchmal nicht so gute sachen drinnen dann mag man das nicht wenn es eben die grad zu trend sachen sind so wie wer ist das matcha tee oder keine ahnung aber egal wir werden jetzt mal reingucken was da drin ist und zudem wenn ihr erstkunde seid was ich ja auch jetzt war mit neuen mit neuen neuen coupon bekommt ihr habe ich jetzt bekommen eine cool box oder war auch gerade drin eine grillen box ist gerade aktuell also mit dem code grillen oder die bierbox aber weiß ich den code nicht mehr aber ich versuche das mal in die beschreibung reinzustecken egal ich will nicht mehr so viel sabbeln lasst uns das große fressen beginn und wir packen jetzt die box dazu habe ich jetzt einen assistenten der ist aber nicht zu sehen nämlich mein sohn der wird mir jetzt die sachen mal anreichen also ich mach dir das mal auf so sieht ja da ist doch alles hier drin und wir beginnen mit item 1 okay das erste teil ist eine karte ein gutschein steht noch mal drauf statt 16 euro 99 nur 13 euro 99 die cool box mei und die bekomme ich umsonst mal gucken ich hoffe noch nicht dass das jetzt da drin ist sonst habe ich mich jetzt gespoilert aber egal ich habe nicht lange hingeguckt beginnen wir jetzt mit dem ersten teil was hast du okay das erste teil ist schon mal was süßes merci merci ist da drin mit einer was ist das pralinencreme eine schokolade in vier kleinen tafeln gibt es neu jetzt kosten wahrscheinlich dann nicht mehr 2,49 kostet glaube ich die tafel oder sogar bisschen mehr aber aber mit merci macht man nichts falsch und wenn man kann man was auch verschenken kommen wir zu item 2 oh item 2 richtig geil für die proteine hier ne es gibt nämlich einmal sandwich kings und hier steht drauf proteinreich proteine kann man gar nicht sehen ne könnt ihr das jetzt vielleicht sehen hier proteine proteine aber das eher für den toast & grill mit leinsamen und sonnenblumenkern die dinger sind natürlich schön weich und ich hoffe mal die sind nicht abgelaufen bis zum dritten fünften 2018 ja also noch ein bisschen hin könnte aber auch bis knapp werden wenn man nicht so der brotesser ist aber sind noch haltbar eiweißreiches weizenfeingebett mit ölsahne werde ich mal probieren kann ich bei instagram ja mal inschreiben wie ich das fand ne ja ich habe instagram da habt ihr davon gesehen die ganzen social media sachen da schreibe ich das dann mal rein wie ich das fand kommen wir zu item 3 item 3 oh geil einmal johnny walker das ist ja auch mal eine fette sache johnny walker chillen scotch whisky mit ginger und mixed drink ich würd's noch ich würd's jetzt hier sogar probieren aber ich muss gleich mit dem auto nach bremen fahren zu avengers infinity war und natürlich werdet ihr das dann wahrscheinlich vor dem video sehen die review nicht so schnell finde du bist viel zu schnell aber da macht man nichts falsch und ich kenn das noch gar nicht 26 gramm alkohol ergibt 271 kalorien jo ist da natürlich ne zuckerbombe und wie viel steht hier gar nicht drauf 10 prozent alkohol ist da drinne das ist auf jeden fall johnny walker kommen wir zu item 4 item 4 ist das newsmagazin kostet normalerweise 1 euro sind wahrscheinlich rezepte drinne oder am schluss könnte man sagen dass da vielleicht doch nicht da sind so rezepte drinne könnt ihr halt dann so nachbacken rätsel hier das sieht geil aus lust auf burger natürlich immer ne und da ach da sind hier könnt ihr das nachbauen hier nachbauen ja und dann gibt's hier auch noch so handwerker tipps und keine ahnung das ist auf jeden fall dann item das ist auf jeden fall item 4 dann kommen wir zu item 5 item 5 sind kekse mac witties mac witties mac witties kekse oat crunch finde ich so schnell mein sohn der will alles auspacken der hat keine zeit ne milchschokolade mit haferkorn ja sieht ganz geil aus wir packen mal einen aus so da sind sechs mal zwei so ne da sind sechs mal zwei so ne keks pakete drinne und das ist eigentlich sehr cool für unterwegs und ich guck mal wie die schmecken ja wenn man hier so sehen so da ist der keks abgebissen schokolade hinten ist hier haferkorn für morgens ist es gar nicht schlecht so als snack oder so als frischungskeks kann man das ja benutzen oder wenn man bock hat sag mal ich schmatze dann ab hier aber ich finde die sind nicht schlecht wobei ist das hier zu warm das ist ja alles wieder also der hat's eigentlich item 6 ok für die prinzessin beauty sweeties oh für alle für alle beauty bloggerinnen gibt's jetzt beauty sweeties beauty sweeties gibt's jetzt hier zu kaufen jetzt gibt's ja die beauty sweeties lifestyle confactory ja schaumzucker fruchtcomicron mit 15% früchten und fruchtsaft die mach ich jetzt nicht auf weil da ist noch einiges drin was ich euch noch zeigen kann auf jeden fall glutenfrei fettfrei laktosefrei ohne tierische gelatine ohne gehirn ohne fett ohne speck ne ihr wisst ne oh dieses hasse ich ja ne alles muss jetzt ja vegan sein warum muss denn alles vegan sein na egal ohne gehirn mach weiter so item 6 kommen wir zu item 7 oha was ist das für ein Wasser eine flasche wasser ist da drinne das ist so schwer gewesen ok wilsa wilsa naturel ich mein das kennt wohl jeder jeder hier eine flasche wilsa naturel natürliches mineralwasser kann natrium haben ich glaub da brauch ich gar nichts drüber erzählen das kennt glaub ich jeder oder bis jetzt ist die box gar nicht schlecht nur das wasser ja gut okay kann man benutzen dann kommen wir zu item 8 ok das ist carpe diem kurkuma sparkling tea white tea und yuzu oh mein gott guckt euch das an kennt ihr diese flasche findet ihr noch nicht so schnell wenn würzige kurkuma auf fruchtige yuzu trifft meditiert nicht nur der körper finn nicht so schnell mein sohn hat sich echt eilig finn noch nicht rausziehen gleich sondern auch der geist ein geschmack so vollkommen dass schon der erste schluck zum sonnengruß wird oder eben tee sehr sehr anders carpe diem kurkuma ich will mal sagen den werden wir jetzt mal hier probieren aufguss aus weißem tee rübenzucker natürliche kohlensäure zitronsaft so da habt ihr mal die angaben was ich da gerade erzählt habe und nochmal hier vorne das werde ich jetzt trinken und mal gucken ob ich gleich abgübeln werde oder ob das was wird weiß ich auch nicht ob das schmeckt und Prost Skoll kann man sogar trinken kann man sogar trinken schmeckt halt echt wie Tee nur dieses kurkuma ist ein bisschen würzig aber ich hätte es mir anders vorgestellt viel schlummer kann man trinken nochmal einen Schluck Rüzehne ausgespült und weiter geht es mit den Süßigkeiten ok item 9 item 9 sind knusper Schoko Orange Köln Müsli der sieht auch schon sehr gut aus Schokoliebfrucht mit Hafer Hafer vollkommen Flocken dunklen auf Schokolade und fruchtige Orange mit Köln kann man auch nichts falsch machen überwie ihr wisst ja jeden Tag ok will ich sie nicht essen sind ja reine Zuckerbomben aber man kann ja natürlich hier ein tolles Rezept hier nachmachen oder das halt ab und zu mal essen mit einer schönen fettarmen Milch geht das euch auf jeden Fall auch dann habt ihr ja ungefähr bei einer Portion 40 Gramm ist ja nicht viel 181 181 Kalorien ich glaube so eine Packung kostet 2,50 Euro Köln Müsli item 10 10 sind Brand Müsli kenne ich Schia mit 15 Cerealien also Schia weiß ich nicht kenne ich auch auf jeden Fall zum Abnehmen die Dinger haben 36 Kalorien das geht einigermaßen noch für so einen Snack von oben öffnen ach das ist ist das Sweebuck ach das ist Sweebuck ok den mach ich jetzt mal auf ok probier mal jetzt einen wie der schmeckt du willst auch einen am Fin so Fin mein Co-Moderator der nimmt auch hier einen Sweebuck so so sehen die aus Leute so könnt ihr sehen oben sind diese ganzen Chiasrahmen drauf und diese Müsli Krams und unten ist der Vollkorn Sweebuck ja würde mal sagen wir probieren jetzt na und wie schmeckt der sagt doch ein bisschen lauter mag ich nicht mag der nicht muss ich auch ganz ehrlich sagen das ist eher was für die Müsli kauernden Müsli Esser also Fazit ist die sind nicht so pralle ich mag da lieber die mit mit Guss hier drauf und das war der von Brand das ist eher sowas ich weiß nicht das ist eher das schlechteste in dieser Pack ja also Sweebuck war nicht so geil deswegen kommen wir zu Item 11 oh ok nochmal Müsli Kakao mit Quenya oder Quenua heißt das glaube ich ne ich glaube das sieht geiler aus Leute ich glaube das ist besser werde ich aber jetzt auch nicht auspacken andere haben wir probiert ich sag mal so wenn man abnehmen will ist das vielleicht ok das hätte ich ganz ganz schön ich will jetzt da gerade ein bisschen abnehmen bin auch gerade dabei meine Fitnessphase wieder zu bekommen ja YouTube hat mich ein bisschen dick gemacht haha nein aber auch so was andere Sachen aber egal so Mini Zwieback aus verschiedenen Getreidearten das ist auf jeden Fall Item 11 komm wir zu Item 12 war's da Finn? das war's? nein das war's noch nicht Finn ne? nein das war's noch nicht wir haben nämlich eine Flasche Bier ja endlich Bier und natürlich ein blödes Radler ne? da haben wir die gute Flasche Kronbacher ne Radler ja da muss ich auch nicht viel zu sagen es ist halt ein Radler und ja 33 Kalorien äh Kalorien sei schon 33 Zentiliter und 2,5 Prozent Alkohol würde ich auch jetzt vielleicht mal probieren aber ich muss euch auch los machen was sagt ihr denn zu der Box? ab in die Kommentare ne? wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt lasst ein Abo gerne da vergesst nicht vielleicht kaufe ich mir die dann nächsten Monat nochmal neu die Coolbox kommt ja auch nochmal die Z-Box kommt ja auch dann nächsten Monat wieder und ein paar einige geile Videos ne? so und äh vergesst nicht zu liken vielleicht wenn ihr Bock habt und ja vielleicht ähm wollt ihr eine bestellen da sind die Codes in den Kommentaren drin in der Beschreibung man und ich will sagen Leute bis dann und schau und uma wo 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 Vielen Dank.